Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute besprechen wir mal den neuen Dreier-Split. Wir hatten schon ein Video zum Vierer-Split, der 2.0-Version. Und da muss ich wieder ein paar gleiche Worte los sagen, ansonsten schaut euch nochmal die ausführlichen Intro an beim Vierer-Split. Ich habe einst eine sehr beliebte Videoreihe gemacht, die ihr sehr gut angenommen habt. Dreier-Split, Zweier-Split, Vierer-Split, Trainingspläne. Ich glaube sogar ein Fünfer-Split gab es. Es wurde jetzt immer wieder gefragt, gibt es davon mal eine Update-Version. Eine Update-Version insofern macht eigentlich wenig Sinn, weil damals ging es nicht darum, euch einen konkreten Plan zu geben, sondern zu zeigen, wie ich einen Plan aufbaue. Wie baut ihr einen Dreier-Split auf, was bedenkt ihr dabei? Das heißt, man muss mir eigentlich zuhören und die Gründe nennen und dann kann man seine eigenen Übungen da reinbringen. Natürlich kann man auch sehr gerne den aktuellen Plan einfach mal nehmen und den durchtrainieren. Dann wäre natürlich irgendwann mal ein neuer Plan erforderlich, aber wenn man gut zugehört hat, kann man sich den selbst machen. Jetzt denken auch viele zusätzlich, ich habe ja ein paar Videos rausgebracht, wie die gefährlichsten Übungen oder die ungesundesten Übungen. Ich müsste, weil da eben ein paar Übungen drin waren, die ich damals hatte in den Trainingsplänen, ich müsste das überdenken. Hier kann ich auch wieder nur, wie immer erwähnen, nur weil sie gefährlich ist oder nur weil sie ungesund ist, heißt das nur lange nicht, dass sie nicht in meinen Trainingsplänen auftaucht. Und auch hier werden Übungen wieder drin auftauchen, die nicht gesund sind und die auch nicht ungefährlich sind. Insofern, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sie können trotzdem effektiv sein und ich entscheide mich trotzdem, die auch regelmäßig in meinem Training aufzunehmen. Muss aber wissen, ja, das ist gefährlich, da muss ich aufpassen. Kreuzheben bleibt einfach eine gefährliche Übung. Will ich diese Gefahr eingehen? Kann ich es machen. Dann kann man auch Effektivität rauskriegen. Wenn ich das nicht will, sollte ich es zumindest wissen. Und somit gehen wir jetzt mal über den Dreiersplit. Dreiersplit ist eigentlich immer noch der gängigste. Die meisten schaffen es nicht unbedingt viermal, vor allem wenn sie berufstätig sind, die Woche ins Gym zu kommen, aber dreimal die Woche. Und hier ist schon das erste Ding. Das ist kein PPL-Plan, wie die meisten ihn kennen. Push-Pull-Lex. Obwohl das eigentlich nichts anderes ist. Nur, es wird nicht nur gepusht und nicht nur gepullt an dem Tag, denn die Arme werden geswitcht und antagonistisch aufgeteilt. Und zusätzlich verstehen die meisten auch unter PPL, dass sie sechsmal die Woche trainieren müssen. Das gibt es ja auch nicht. Natürlich nach wie vor einmal die Woche den Muskel trainieren, richtig hart wegballern und dann hat man wieder einen Tag frei. Das geht bei dem Dreiersplit noch besser als beim Viersplit, denn da muss man zweimal hintereinander trainieren, irgendwann zwangsläufig. Aber hier habt ihr die großen Muskeln alle getrennt. Das ist das Beste an diesem Splitplan. Es gibt nicht sowas wie Rücken und Beine zusammen oder Brust und Rücken zusammen. Nein, die großen sind alle getrennt. Die kleinen kommen noch dazu und ihr habt immer ein bis sogar zwei Tage Pause dazwischen. Perfekt, um jahrelang Masse aufzubauen, Kraft aufzubauen und die besten Erfolge zu haben. Wenn es einen Go-To-Plan gibt, der wirklich Erfolg verspricht, ist es der Dreiersplit oder der Viersplit. Insofern, jetzt kommen wir zu dem meistverbreiteten, dem Dreiersplit und gehen da mal einfach neu durch. Wir teilen auf in Brust, Bizeps. Kein Push-Tag, also nicht Brust, Schultern, Trizeps, das wäre ein Push-Tag, sondern Brust, Bizeps. Danach Rücken, Trizeps und dann Schultern, Beine. Ihr seht, hier ist es ein bisschen durchgemischt. Warum diese Aufteilung? Das Wichtigste daran ist schon einmal, ihr wollt den Bizeps nicht stiefmütterlich behandeln. Wenn ihr erstmal 9, 10, 15 Rückensätze gemacht habt und der Bizeps schon wirklich zu 30, 40 Prozent ausgelutscht ist, aber noch nie zu 100 Prozent gefordert wurde, dann schiebt ihr noch ein paar Sätze hinterher, aber das würdet ihr niemals machen für die Brust, niemals für den Rücken und niemals für die Beine. Warum machen wir es dann für den Bizeps? Da muss man sich nicht wundern, wenn die Arme einfach nicht richtig wachsen, wenn man das immer nur so nebenbei macht. Habt ihr also schon vorher am Tag viele Liegestütze gemacht, dann hasst ihr es doch am Abend ins Brusttraining zu gehen. Dann könnt ihr keine neue Personal Bestleistung mehr fürs Bankdrücken nehmen. Nein, das müsste euch doch im Kopf wirklich stören. Wieso sollten wir das bei den Armen machen? Ich liebe es, ganz frisch an den Bizeps ranzugehen und da das nur noch ein kleiner Muskel ist, bin ich auch vom Fokus her total frisch und den dann absolut neutral losballern zu können. Dadurch kann ich auch die Erfolge tracken, die Kraft tracken, alles. Das gleiche gilt für Trizeps und Rückentag. Rücken, Bizeps ist angelutscht, also kommt danach der Trizeps. Wer große Probleme hat, weil beim Brusttag doch der Trizeps immer Muskelkater hat, der könnte hier ins Stolpern geraten. Das gleiche gilt natürlich für Bizeps und Rücken. Das ist schon was Individuelles. Bei mir ist das nicht der Fall. Trizeps wird gar nicht berührt für mich. Also ich spüre ihn nicht, auch wenn er natürlich zwangsläufig mitmacht am Brusttag. Habe ich noch nie. Bizeps und Rücken schon eher, halte ich deswegen aber genau in dieser Reihenfolge getrennt. Schultern, auch eine Besonderheit. Schultern und Brust müssen maximal voneinander entfernt werden. Bei unserem Splitplan ist das der Fall, weil nach den Schultern kommt dann eine längere Pause. Aber normalerweise Brust und Schultern sollten nicht direkt hintereinander trainiert werden. Hier habt ihr sowieso immer einen Tag frei dazwischen, das ist schon mal gut. Und Schultern und Beine, ja, da könnte man stolpern. Beine ist die anstrengendste Trainingseinheit und dann noch Schultern, das ist schon hart. Deswegen die Schultern auch vorher, weil danach könnt ihr es eigentlich knicken. So viel dazu. Wer das alles also so machen kann, wird mit diesem Split wirklich gut fahren. Aber was ihr auch machen könnt, ist ein Push-Pull-Lex daraus machen. Trotzdem nur dreimal die Woche insgesamt trainieren. Ihr könnt also gerne auch Brust kombinieren mit Trizeps, Rücken dann mit Bizeps und die Schultern mit Beinen. Und wenn ihr die Beine einzeln haben wollt, dann tut die Schultern gerne auch zu Brust und Trizeps dazu. Ist alles absolut legitim und gut. Ich schlage jetzt den vor, schlage vor, trainiert mal damit und guckt einfach, ob es euch zusagt, ob es eurer Regeneration passt oder nicht. Und jetzt gehen wir mal im Einzelnen durch. Brust-Bizepstag, fangen wir mal mit dem an. Erste Übung für uns ist Negativ-Bankdrücken. Ja, wir fangen mit einer absoluten fundamentalen Masseübung an. Negativ-Bankdrücken, warum nicht Bankdrücken? Negativ-Bankdrücken habe ich in der ersten Hälfte meiner Trainingsjahre immer als die absolute Königsdisziplin genommen für die Brust. Die Kraftsteigerung da ist enorm und ihr habt den besten Querschnitt, wenn ihr den Arm ein wenig in den unteren Teil bringt. Das heißt, hier habt ihr die meisten Querschnitt eigentlich an Brust. Nicht hier oben und erst recht nicht ganz weit oben. Versucht es einfach mal. Nehmt das als absolutes Fundament. Vier Sätze machen wir. Umgekehrte Pyramide. 6, 8, 10, 12. Super Aufwärmen. Ist vorhin gesagt. Ihr müsst euch richtig aufwärmen. Wärmt die Schultern auf. Aufwärmroutine seht ihr hier. Wärmt danach die Brust auf. Und wenn ihr warm seid, nach 15 bis 20 Minuten, dann Hardcore. Dann geht es los. Ihr steigert euch in Negativ-Bankdrücken rein. Nehmt die ersten 2, 3 Sätze als Gewichtsteigerung. Und dann geht der erste Workout-Set los. Der erste Working-Set. Der erste echte Satz, wo ihr bis zum Muskelversagen geht. 6 Wiederholungen. Maximales Gewicht. Und das ist auch eure Tracking-Referenz. Von Mal zu Mal, von Woche zu Woche wollt ihr das steigern. Und wer den Plan richtig nutzt und wer richtig gut trainiert und sich vernünftig ernährt, wird sich hier von Woche zu Woche steigern. Ja, jetzt werden einige sagen, ja, aber das geht doch nicht mehr nach 10 Jahren. Natürlich nicht. Dann nicht mehr. Man wechselt zwar ab und zu dem Trainingsplan und resettet das dann wieder ein bisschen, aber grundsätzlich sollte man schon irgendeine Form von Progression merken. Aber wenn man extrem fortgeschritten ist, wird man sich nicht unendlich steigern. Das ist auch klar. Dann haben wir Nummer 2 mit 3 Sätzen Schrägbankfliegende am Kabel. Ja, jetzt gehen wir zu einer Isolationsübung. Und dazu gibt es schon ein Video hier, warum man mit diesem kleinen Switch, dass man nicht erst die beiden Grundübungen macht und dann die Isolationsübungen zum Schluss, ganz gute Erfolge haben könnte. Hier machen wir danach die Schrägbank. Das heißt, wir waren eher unten an der Brust. Danach gehen wir eher hoch an die Brust. Und das machen wir mit fliegenden Kabel. Und zwar jetzt aufgepasst in Dropsätzen. Ja, wir bringen noch ein bisschen extra Stress rein, denn oft ist das nicht so die größte Masseübung, aber wir wollen sie trotzdem mit megamäßigen Stress besetzen. Nur 3 Sätze, nicht mehr machen. Und ihr haltet das im Wiederholungsbereich von 6, 8, 10 grob, den ersten Satz. Runterdroppen, sofort weitermachen, wieder 6 bis 8 Wiederholungen hinterher. Und dann habt ihr es. Das heißt, ihr müsst so ungefähr auf 60% des Gewichts runterschalten, wenn ihr diesen Dropsatz macht. Beispiel, ihr fangt mit 40 Kilo an und nehmt danach 22,5 und macht sofort weiter. Das ist ein richtiger Dropsatz. Davon macht ihr drei Stück. Dann habt ihr die schräge Variante auch drin. Nummer 3. Bankdrücken an der Maschine. Zum Schluss nochmal das Sorglos-Paket. Ihr sitzt in der Maschine. Ihr müsst euch nicht um Winkel oder sonst was kümmern. Keine Hilfsmuskeln werden großartig aktiviert. Einfach nur von euch wegdrücken. Ihr seid schon K.O. Der Fokus ist schon nicht mehr ganz da. Also einfach nur wegdrücken. Und dafür ist die Bankdrückmaschine eigentlich das Beste. Drei Sätze wieder. 6, 8, 10. Richtig hart. Dran nochmal zum Schluss. Nochmal alles aktivieren. Vorher habt ihr eine Isolationsübung gehabt. Jetzt kommen nochmal alle Muskeln rein. Unterstützen. Und dann ist die Brust auch platt. Ende des Brusttrainings. Nicht mehr. Jetzt werden sich einige wundern und sagen, aber kann ich nicht noch eine vierte Übung oder sonst was? Macht das mal damit. Legt Wert auf jeden einzelnen Satz. Dreht diese Pyramide um. Und wenn ihr mit 6 Wiederholungen anfangt, solltet ihr eigentlich nicht viel mehr können. Danach kommen wir zum frischen, dann noch frischen Bizeps. Und da fangen wir an mit einer Paradedisziplin. SZ-Kurz. Und wir machen hier etwas Besonderes. Nämlich den fließenden Aufwärmsatz. In meinem vorigen Trainingsplan habt ihr es bereits schon gesehen. Ein fließender Aufwärmsatz, nochmal kurz erklärt, ist etwas, wir müssten ja jetzt eigentlich den Bizeps nochmal mit ein paar Aufwärmsätzen beginnen. Wir haben die Schultern aufgewärmt, wir haben den Trizeps vielleicht aufgewärmt, wir haben die Brust aufgewärmt, aber der Bizeps ist noch relativ kalt. Aber wir machen das jetzt so, dass wir nicht mehr extra Aufwärmsätze trennen von Working Sets, sondern langsam reinsteigern. Heißt, wählt ein Gewicht für den Bizeps, mit dem ihr um die 20 Wiederholungen schafft. Aber ja, ich meine damit auch schafft. Nicht Wraps in Reserve und so ein Quatsch. Das gibt es hier nicht. Das ist schon ein richtiger Work Set. Das bedeutet, ihr werdet nur 20 schaffen. Muskelversagen bei 20. Aber sehr hohe Wiederholungen. Dadurch werdet ihr ein relativ niedriges Gewicht haben. Also wenig Verletzungsgefahr. Haut schon den ersten Satz SZ Curls richtig raus. Nehmt ein Gewicht, mit dem ihr nur 18 bis 20 Wiederholungen schafft. Und dabei bleibt ihr dann. Und dann steigert ihr das Gewicht. Ja, nicht das gleiche Gewicht. Ihr werdet automatisch dann beim nächsten Satz weniger Wiederholungen machen. Nein, wir steigern es noch. Tut noch mal 5 pro Seite dran. Und zwar macht ihr das so lange, dass ihr es steigert, bis ihr nur noch 6 Wiederholungen schafft. Kann sein, dass ihr nur 3 Sätze macht. Kann sein, dass ihr bis zu 5 Sätze macht. Bei mir sind es wirklich nur 3. Ich fange mit dem Gewicht an. Was ist es immer? Ich glaube 30 Kilo. Sind es 30? Macht damit 20 Wiederholungen. Und der brennt schon so sehr und hat einen Monsterpump. Wenn ich dann auf 40 Kilo gehe, mache ich bereits nur noch 10, 12 Wiederholungen. Wenn ich dann auf 50 gehe, schaffe ich gerade mal noch vielleicht 6. Und die sind schon nicht mehr richtig sauber. Ende. Super Art, reinzukommen ins Bizeps-Training. Direkt ein Monsterpump. Und ihr habt eigentlich alles abgegolten. Dann kommen wir zur zweiten Übung. Schrägbank Curls. Am Kabel. Vorher haben wir eben mit den SZ Curls den Oberarm auf einer Linie mit dem Oberkörper gehabt. Jetzt gehen wir mit dem Oberarm nach hinten. Das ist eine Komplettierung. Der lange Bizeps-Kopf wird da vor allem noch ein bisschen mehr gestretched und wird dadurch ein bisschen besser gereizt. Wir machen das Ganze aber am Kabel. Im Gegensatz zu Kurzhanteln. Fühlt sich auch wirklich gut an. Manche haben dafür Maschinen, manche müssen sie vorbereiten. Das heißt, einfach nur mit dem Sitz da hinsetzen und dann gucken, dass man die von dort aus irgendwo zieht. Ich hoffe, ihr habt diese Vorrichtung. Ansonsten müsst ihr doch auf Kurzhanteln zurückgreifen. Jetzt wieder umgekehrte Pyramide. 6, 8, 10 Wiederholungen. Und dann haben wir davon auch noch mal 3 Sätze. Und dann kommen noch vorgebeugte an der Schrägbank SZ-Kürz. Jetzt haben wir den Oberarm vor dem Körper, aber in freier Luft. Das heißt, ihr könnt hier kaum abfälschen. Ihr kommt kaum irgendwo noch mehr dran. Ihr habt die SZ-Stange vor euch und dann werdet ihr nochmal 8, 10, 12 machen. Hier macht es gar keinen Sinn, auf 6 Wiederholungen runterzugehen. Trotzdem noch weiterhin umgekehrte Pyramide und quetscht nochmal alles raus und Hilfe bekommt er nicht mehr. 3, 3, 3, reicht. Dann habt ihr dieses Training weg und es macht auch richtig Spaß, weil der Pump danach sieht sensationell aus. Der nächste Tag, übernächster eigentlich. Nächster ist frei. Danach der nächste Trainingstag, Rücken, Trizeps. Fangen wir erstmal an mit ein bisschen Aufwärmen, wenig. Ihr könnt also ein paar Überzüge mit dem Seil machen oder dergleichen. Wenn ihr so grob warm seid, 2 Sätze Klimmzüge. Gilt allerdings nur für diejenigen, die auch wirklich mehr, deutlich mehr als 8 Klimmzüge schaffen. Es soll jetzt keine Übung sein, wo ihr nur 4, 5, 6 Wiederholungen macht. Diejenigen von euch, die irgendwas zwischen 8 und 20 Wiederholungen machen, macht 2 Sätze Klimmzüge. Gerne auch bis zum letzten. Wieder keine Wraps in Reserve lassen. Das ist eine zusätzliche Art von Aufwärmen, aber bereits schon auch ein guter Working Set und ihr arbeitet mal mit eurem eigenen Körpergewicht. Fand ich immer super, gleichzeitig die Klimmzüge zu steigern. Macht das. Wer das nicht kann, kann normales Aufwärmen nennen. Das heißt, ihr stellt ein Gewicht ein, macht das mit einer Latissimus-Zugmaschine und nehmt meinetwegen ein Gewicht, mit dem ihr eben 15 bis 20 Wiederholungen schafft. 2 Sätze nur. 2, nicht mehr. Denn dann geht ihr auf eine andere Lat-Zugmaschine. Das ist der Hauptteil, den ihr auch tracken wollt. Lat-Zug eng. Entweder am Kabel oder auch gerne die Frontmaschine. Hauptsache, ihr habt Lat-Zug eng drin. 3 Sätze und jetzt umgekehrte Pyramide. Das geht eben bei Klimmzügen nicht. 6, 8, 10. 6 Wiederholungen. Das ist es, worauf es ankommt. Hohes Gewicht. Bis zum letzten gehen. Und diese 6 Wiederholungen hinbekommen. Das wollt ihr tracken. Dann haben wir den Latissimus weg. Nein, nicht noch eine zweite Latissimus-Übung. Das reicht absolut mit diesen 5 Sätzen dafür. Und danach kommen wir zu Rudern breit. Mit einem Polster davor. Gerne auch upright, wenn es geht. Also irgendwo, wenn ihr nach oben geht. Denn wir hatten vorher den unteren Teil, den Latissimus, trainiert. Und das auch noch eng. Jetzt gehen wir in die Breite und trainieren nach oben, den Schultergürtel. Perfekter Ausgleich dazu. Zweite Übung damit. Zweite große Übung. Und hier auch 4 Sätze davon. Umgekehrte Pyramide. 6, 8, 10, 12. Upright wäre das Beste. Danach Rudern eng. Neutral also. Wir sind nach oben gegangen. Vorher waren wir unten. Jetzt neutral. Und zwar mit der absoluten Grundübung. Für mich die beste Übung für den Rücken. Generell Rudern eng am Kabel. Macht da auch nochmal einen richtigen Hardcore-Satz. 6, 8, 10. Und dann eigentlich so eine Art Auspendeln. Jetzt macht ihr noch als nächste Übung Reverse Butterfly. Macht das gerne mit Dropsätzen, weil das wird euch nicht mehr so viel nehmen. Ihr braucht nicht mehr so einen starken Fokus. Euer zentrales Nervensystem kann sich dabei entspannen. Also Reverse Butterfly mit 3 Dropsätzen, wo ihr so 8 bis 10 Wiederholungen pro Teil davon macht. Hauptsache ihr kriegt nochmal ein gutes brennendes Gefühl da rein. Ende. Aber auch hier. Wir gehen immer bis zum Ende. Ja? Also kein Ausruhen. Und jetzt kommen wir zum Trizeps. Der ist dann natürlich immer noch schön frisch. Da fangen wir an mit Kabel drücken. Und auch wieder, wie beim Bizeps, ein fließender Aufwärmsatz. Wir wollen wieder keine Zeit verschwenden mit Aufwärmen. Macht etwas, stellt das Gewicht so ein, dass ihr zwischen 18 und 20 Wiederholungen schafft, ohne Reps in Reserve. Richtig, richtig gut Blut reinbekommen. Langsam genug. Eure Ellbogen sollen jetzt nicht rausspringen. Langsam genug richtig brennen lassen. Ab der 10. 12. Wiederholung muss der Trizeps brennen. Dann seid ihr richtig drin. Macht dann trotzdem noch weiter bis 18, 20 Wiederholungen. Und dann höheres Gewicht einstellen. Schafft wahrscheinlich danach nur noch weniger. Solange bis ihr nur noch 6 Wiederholungen schafft. Und steigert das Gewicht so, dass ihr höchstens 3 bis 5 Sätze macht. Mehr nicht. Dann habt ihr die erste Übung. Kabel drücken hinter euch. Danach nehmen wir French Press. Wir waren also vorher eng am Körper dran. Jetzt French Press. Das heißt, wir liegen irgendwo. Und macht das gerne mit Kurzhanteln. Und dann gehen die Kurzhanteln nach oben. Eure Ellbogen sind schon geschützt. Weil ihr habt schon den Pump. Ihr habt euch schon warm gemacht. Jetzt könnt ihr die Pyramide umdrehen. Mit 6 Wiederholungen wollen wir trotzdem nicht. So weit müssen wir nicht in den Kraftbereich rein. Wir machen 8, 10, 12 Wiederholungen mit den Kurzhanteln. Auch hier wieder schön langsam. Sorgt dafür, dass ihr sie richtig gut spürt. Diese Übung ist nicht was für jedermann. Aber trotzdem mit den größten Stress. Denn genau da, wo ihr in die Dehnung kommt, habt ihr auch so ziemlich den größten Widerstand dran. Super. Wie bei Fliegenden für die Brust. Und die dritte Übung ist dann Behind the Back einarmiges Kabel drücken. Ja, es gibt auch sowas wie die Kickbacks. Das kann man mit Kurzhanteln machen. Das ist aber so eine kleine Range of Motion, weil hier unten tut sich gar nichts. Und hier oben ist voller Stress drauf. Mag ich nie. Mochte ich auch nie. Macht das Ganze mit einem Kabel und bringt den Oberarm leicht hinter euren Körper. Ob ihr jetzt noch steht und das dahinter bringt. Das fühlt sich wirklich gut an. Dann habt ihr nochmal auch den Oberarm hinter dem Körper. Das Ganze nochmal einarmig. Ist auch ganz nett, weil ihr das dann nochmal unilateral habt. Nach davon drei Sätze. Acht, zehn, zwölf Wiederholungen. Und der Trizeps sollte auch am Ende sein. Damit haben wir schon den zweiten Trainingstag hinter uns. Und jetzt bleibt nur noch der dritte. Ihr habt wieder einen Tag frei, seid absolut entspannt und geht dann nochmal in den letzten Trainingstag. Nachdem ihr dann anschließend zwei Tage frei haben werdet. Und das Ganze wird wieder von vorne losgehen. Schultern, Beine. Jetzt haben wir hier etwas Besonderes. Für die Schultern müssen wir nicht mehr große Grundübungen reinbringen. Wir wollen erstens keinen Stress großartig haben, bevor wir die Beine trainieren. Und zweitens, der vordere Delta ist schon bei der Brust mit drin gewesen. Jetzt snipern wir nur den mittleren Delta weg, um den es uns geht. Also fangen wir an mit Seitheben mit der Kurzhantel. Machen ganze fünf Sätze, ja, fünf, auch wieder fließende Aufwärmsätze mehr oder weniger, obwohl ihr euch vorher aufwärmen solltet für die Schultern. Aber ihr fangt an mit 20 Wiederholungen. Euer Deltas werden bereits abbrennen. Und dann steigert ihr es so weit, dass ihr alle fünf Sätze macht und zum Schluss nur noch acht Wiederholungen schafft. Vielleicht behaltet ihr auch das gleiche Gewicht. Das heißt, ihr habt ja wieder ein normales Pyramidentraining. Das gleiche Gewicht beibehalten, nochmal vier Sätze machen und vielleicht seid ihr automatisch nur noch bei acht Wiederholungen. Holt alles raus. Danach müssen eure Schultern schon schreien, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann macht ihr noch eine Übung. Die nächste Übung wird mit vier Sätzen sein. Insgesamt habt ihr also neun für die Schultern. Wieder Seitheben, also wieder der mittlere Delta im Fokus. Nur diesmal am Kabel einarmig. Habe ich schon mal ein Video zugemacht. Schaut euch das an. Da sind alle Variationen davon drin, die man beachten kann. Macht hier umgekehrte Pyramide. Diesmal acht, zehn, zwölf, fünfzehn. Wir gehen also wieder richtig hoch mit den Wiederholungen. Und dann sollte der Delta eigentlich erledigt sein. Der mittlere Delta ist dann weg. Beim Rücken war der hintere Delta bei und bei der Brust der vordere Delta. Damit ist eure Schulter richtig gut belastet worden. Glaubt mir, die Schultern werden davon wachsen. Für die meisten von euch. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Hauptkandidaten für heute. Nämlich die Beine. Wir fangen an mit meiner Lieblingsbeinübung, komplexen Beinübung. Allerdings hat nicht jeder die Maschine dafür. Und zwar der Pendulum Squat. Wenn ihr diese Maschine habt, nutzt sie. Beine relativ eng stellen, zehn Spitzen nach oben. Und macht gerne vier Sätze. Ackert euch von 20 Wiederholungen zu zehn runter. Vorher aufwärmen. Das hier ist kein fließender Aufwärmsatz. Vorher aufwärmen mit zwei Isolationsübungen Beinstrecken und zwei Isolationsübungen Beinbeugen. Findet ihr auch im Aufwärmvideo. Guckt euch die ganzen Aufwärmvideos an. Die gelten alle. Aber dann vier Sätze und richtig, richtig gut alles rausquetschen. Habt ihr die Pendel Squat nicht, nehmt etwas, was ähnlich ist. Nehmt gerne eine Hackenschmidt-Kniebeuge, wo ihr die Beine trotzdem eng haltet und sehr viel auf die Quads gehen könnt. Also Fußstellung relativ weit unten, relativ eng, nicht zu eng. Eure Knie sollen sich nicht berühren. Und dann das Ganze abschießen. Danach kommen wir schon zu der Isolationsübung. Beinbeugen. Drei Sätze ist easy, ist eine Übung, da kann man nicht viel falsch machen. Diesmal wieder umgekehrte Pyramide. Acht, zehn, zwölf Wiederholungen. Danach Beinstrecken. Also genau der Antagonist davon. Wieder drei Sätze. Acht, zehn, zwölf Wiederholungen. Ja, wir gehen hier mal hoch. Beine werden nicht nur über 15 Wiederholungen trainiert. Und dann kommt nochmal als Finisher. Und jetzt wird es wirklich brutal. Ausfallschritte. Mit Kurzhanteln. Ja, hier müssen wir nochmal richtig Fokus haben und uns konzentrieren. Aber es wird leicht genug sein. Denn hier geht es nicht um Wiederholungen. Nur indirekt. Und auch nicht um ein Gewicht. Nur indirekt. Sondern es geht um eine Strecke. Ihr nehmt euch eine bestimmte Strecke vor. Die wollt ihr abschreiten. Die Strecke und das Gewicht soll so gewählt werden, dass ihr eigentlich nur drei bis vier Sätze macht. Also drei bis vier mal absetzt. Und um die zwölf bis zwanzig Schritte macht. Dann macht das Ganze Sinn mit der Strecke. Weil es mal eine andere Motivation ist. Also wählt das Ganze so. Und das seht ihr auch in all meinen Beinvideos, wo Ausfallschritte drin sind. Dass ihr die Kurzhanteln dann an den Seiten tragt. Und dann geht ihr los. Holt das Maximale raus. Konzentriert euch da drauf. Ihr wollt sicherlich nicht stolpern. und versucht es in der kürzesten Zeit, die euch möglich ist. Irgendwann werdet ihr die ablegen müssen. Habt vielleicht grob 20 Schritte gemacht. Müsst tief durchatmen und euch vielleicht hinsetzen. Wenn euer Puls sich halbwegs erholt hat. Nicht zu lange warten. Geht wieder an die Kurzhanteln und versucht weiterzukommen. Weiterzukommen. Immer weiterzukommen, bis die Strecke hinter euch liegt. Und wenn ihr fünfmal absetzen müsst, dann ist das eben so. Solltet ihr das in einem durchschaffen, müsst ihr beim nächsten Mal das Gewicht erhöhen. Solltet ihr es in zweimal durchschaffen, Gewicht erhöhen. In dreimal könnt ihr das Gewicht erhöhen. So dass ihr immer so zwischen drei und fünfmal ablegen seid. Solltet ihr vielleicht zu lange Pausen dazwischen gelassen haben, weil die Schritte immer gleich sind. Beim ersten Mal habt ihr 20 Schritte geschafft. Beim zweiten Mal 18 bis 20 wieder. Dann solltet ihr Pausenzeiten verringern. Und so könnt ihr euch grob dazu einpendeln. Wer mal ein ganzes Video nur zu dieser Art der Ausfallschritte sehen möchte, schreibt es in die Kommentare. Und das war euer Dreier-Split. Versucht diesen Dreier-Split mal und ich schwöre euch. Ich schwöre euch. Alle Anfänger da draußen, damit meine ich blutige Anfänger, die sagen wir mal nur drei Monate Training haben, werden diesen Plan lieben und große Fortschritte haben. Alle Medium-Fortgeschrittenen von euch werden diesen Plan lieben und immer noch krasse Fortschritte machen oder nochmal einen Boost bekommen. Wenn ihr ihn so einhaltet und nicht zweimal die Woche trainiert. Und alle Fortgeschrittenen von euch trainieren vielleicht schon sowieso so. Ja, auch die ganzen Kevin-Gebharz dieser Welt können so trainieren, tun es teilweise und machen keinen Fünfer- oder Sechster-Split. Es ist ein Plan, der für alle da ist und der jedem den Arschtritt geben kann. Wollt ihr noch mehr Pläne sehen? Schreibt es mir in die Kommentare und klickt da ordentlich auf die Like-Buttons. Ansonsten liked das Video natürlich, dann sehe ich auch, ob es euch gefallen hat oder nicht. Guckt hier gerne mal nach dem Vierer-Split oder wenn ihr mal so ein richtiges Training damit sehen wollt, schaut auch gerne hier direkt vorbei. Ansonsten abonniert den Kanal und ihr verpasst kein Video mehr. Auch die Videos, die ihr euch in den Kommentaren wünscht und damit auch die nächsten Trainingspläne. Das war's von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Gott.